Ja, genau, so war das. Hier erwarten uns jetzt schluffende Toten und ein Arcana Schrecken. Auch das ist nicht gerade unflott. Aber sie haben keine Chance, ihr seht das. Mein Phyron ist einfach krass. So, das war jetzt logischerweise nicht der Endkampf. Was erwartet ihr? Und, ähm, auf irgendeine Art und Weise glaube ich fast, was wir hier durch müssen. Aber hier durch kamen wir, also kann das nicht sein. Gut, dann werden wir jetzt das erste Mal, oh mein Gott, wir werden das erste Mal eine Chille benutzen. Und sehen, wohin sie uns führt. Hoffentlich weiter. Ah, oh mein Gott, Feuer, ich bin gefangen! Nicht! So. So, mit unserer Feuergestalt kommen wir hier ganz locker durch. Da macht uns das Feuer nämlich gar nix. So. Da ist eine Tür, durch die können wir durch. Und dort erwarten uns Gegner, was auch sonst. Er kommt. Ja, komm, stirb. Stirb. Danke. So. Wir machen hier... Und wir setzen hier unseren Weg fort. Das glaube ich nicht, dass ich einfriere. Bevor ich einfriere, verbrennst du. So, das wär's. Ja, ihr seht richtig. Sie hat sich in eine Maus verwandelt. Das bedeutet's. Mausgestalt. Doch, das Spiel ist vorbei. Veriwail ist der letzte Dämon. Und die wird jetzt sterben. So, Leute. Dann bedanke ich mich schon mal. Weil das war's mit nichts. Es gibt nichts mehr, was ihr hier noch tun müsst. Ihr habt die Dämonen alle geowned. Könnt jetzt zum Podest des Nichts gehen. Und dort seht ihr dann... Alles abgeschlossen. Ihr könnt eure... Partymärme befreien. Und dann ins Allerheiligste gehen. Das war's mit dem... Drangage Origins Special zum Nichts. Weil... Ich das noch machen musste. Und, ähm... Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und... Joas!